Servus RC-Freunde, willkommen bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und heute bin ich mit meinem Wheelie Eraser auf der RC-Strecke vom RCR-Prägatten. Im Hintergrund seht ihr schon eine dieser Strecken, wo ich heute fahren werde. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ich schraube mal meine steinharten Crawler Reifen auf meine Wheelie Eraser. Ich glaube da fliegt gerade eine Wespe. Ich schraube meine Haken Crawler Reifen auf meine Wheelie Eraser und mal schauen wie das funktioniert. Das sind übrigens die Originalen. Welche Reifen sind das? Von Wheelie Freeman Pro. Da sind auch Felgengewichte drin, das hat wahrscheinlich ein wenig einen Nachteil, zwecks Antriebswelle und so. Und, ach, Wespe. Ja, ein bisschen größer sind die Reifen, wie man hier auch sieht, wenn ich da zusammendrücke, streift ein bisschen der Kotflügel. Aber ich denke, ja, mal schauen wie sich das fährt. Ich werde auf jeden Fall jetzt im Hintergrund noch ein bisschen die Strecke zusammenkehren, weil die Saison ist ja quasi schon vorbei und ja, die Strecke ist halt noch nicht gemacht. Jeden Tag ist Unwetter und es regnet und ja, da sind ziemlich viele Rinnen, Regenrinnen. Und die werde ich heute zusammenkehren. Kann sein, dass es jetzt eine Stunde dauert oder so. Auf jeden Fall, wir sehen sich gleich. Ciao, ciao. Dann würde ich mal sagen, eine letzte Minute. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Fuck, wir kreier die Ruhe von Bagger. So, ich bin auf jeden Fall fertig. Okay. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das war's für heute. Das ist ja nicht. 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 Das ist ja nicht.